Sie können bei der Planung die vom HKLSE Modeler mitgelieferte Bibliothek zusammen mit der Archicad Standardbibliothek nutzen. Der HKLSE Modeler erweitert verschiedene Objekte wie die Sanitärobjekte mit zusätzlichen Parametern und Einstellungen. Diese Sanitärobjekte stammen zum Beispiel aus der Standardbibliothek, hatten aber vorher keine speziellen Parameter für die Haustechnik. Mit den neuen Parametern können Sie nun die Anschlüsse und Anschlussarten festlegen. Jedes Element aus der HKLSE Bibliothek hat bestimmte eigene Parameter. Bei diesem Objekt zum Beispiel können Sie frei die Größen verändern. Unter Verbindung stellen Sie die Größen und Formen der jeweiligen Verbindungen ein. Alle diese Objekte sind GDL-Objekte wie die normalen Objekte in Archicad auch, besitzen aber zusätzliche spezielle HKLSE-Parameter. Untertitelung des ZDF für funk, 2017